Gut ist. Ach, das Leben ist doch einfach ich, Idiot. Tut mir leid, Bo. Ja, ich sag dir doch nur, was du machen sollst, Mann. Wo ist das Problem? Nein, du sagst mir genau, was ich machen soll. Und nichts anderes. Und dann denkst du nicht mal nach, dass es gar nicht möglich ist. Hä? Du kannst über den Fluss laufen oder durchschwimmen, was weiß ich, wo ist das Problem? Alter, ich erlaub' uns noch länger zu... Ich hab jetzt den Panzer wegen verloren. Na, Alfa, äh, nimmst du gerade schon wieder auf? Nicht. Ja, weil du schon wieder so einen lustigen roten Namen hast. Roten Namen? Ja. Wann siehst du das denn? Was? Wann du... Du hast einen roten Namen im Channel. Voll. Ja, lader mich noch länger zu, bitte. Ich versuch mich gerade hier zu konzentrieren. Konzentriere mich. Dann halt deine Fresse. Einmal sagen, wenn du vorst, dann reicht mir. Kapitel zigmal sagt... Ah ja, wie soll ich die eineinheit nach links oder rechts? Die Befehle gehen, bitte halt meine Hand. Da werden wir uns noch mal zu tun spielen, also... Ja... Ich brauch' keine Hilfe. Doch, du Sachs hat da so total ab. Oh, herrlich, ey. Weil ich die ganze Zeit mit und rechts helfe. Mit dem Panzer. Das Beste ist schon weg, scheiße. Jawohl, jetzt unter dich mit dem Jeep. Oh, herrlich. Kippe. Man, Alpha, kannst du mal klarkommen, bitte? Man, Alpha, kannst du mal klarkommen, bitte? Hahaha. Hehehehe Hehehe He's so...